und es fahren. Sie werden einige in diesem Film sehen. Die Porsche Kommanditgesellschaft ist einer der wenigen noch existierenden erfolgreichen Familienbetriebe in Deutschland. Dr. Ferry Porsche, Sohn des Erfinders Professor Ferdinand Porsche, ist als Generaldirektor aktiv in der Herstellung tätig. Seine Söhne beschäftigen sich mit Entwurf, Forschung und Verwaltung. Hierdurch wird die Porsche Tradition und Integrität gesichert und erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 We celebrate this perfect day Vielen Dank.